hier wird wieder hell sehr gut da lang so jetzt hier runter langsam gleiten hinter uns dicht machen und dich anschließen hier an das system zack zack doppelverbindung was soll's so jetzt müssten die krein da oben angeschlossen sein und arbeiten gucken wir also theoretisch müssen wir das ganze schmerzen schreihe hören und sachen die abgepumpt werden guck mal rein sind viele viecher work null eil 200 always active irgendwie machen die nicht das was sie machen sollen oder da kommen eine kleine plattform hier dass mich aufstellen kann und der symmetrie halber meist auf allen kann ich nicht okay auf der anderen seite wenigstens noch da 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 okay so also du hast keine monster ist drin was aber auch richtig ist weil sobald welcher auftaucht müsste sie eigentlich instant reingesaugt werden du hast sehr viel energie und du bist eidel warum bist du eidel ich sehe die schredder ich glaube sollte einmal leer machen da drin schalter fragezeichen wie kann ich überprüfen ob das ding funktioniert nicht aber ich kann unten bei dem liquid kontrol dingens gucken ob monster sens reinkommt oder nicht hier mobpersens 400 ist nicht viel glaube ich es wird nicht wirklich viel mehr aber es muss mindestens einmal geklappt haben frage ist noch wann ich hole mal schalter lever so immer noch 400 komisch 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 und ich hau mal hier neue davon rein so strom ist auch okay es ist alles angeschlossen es geht alles nach oben es kommt genug stoben oben an kabel oben sind alle verbunden egal wo ich jetzt ein schalter hinsetzt es wird gar nicht da ankommen oder doch warte mal hier passt nicht ich hau mal da auch noch ein loch rein dann schalte an und klicken jetzt an trotzdem eidel kommt schon junge warum arbeitest du nicht es müsste richtig rum sein ich hau mal dich weg ja hier ist der aus schmeißt du gleich zeug raus schmeißt du noch mehr zeug raus klick es geht nicht mit einem direkten anschluss okay das muss mir doch mal jemand sagen das heißt wir brauchen jetzt einfach nur holzkisten du kannst weg du bist sinnlos ja kommt gleich ganz viel zeug aus äh stopp so deckel drauf wir brauchen holz 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 also eigentlich brauchen wir nur kisten haben wir kisten auf vorrat stinknormale holzkisten chest ja haben wir äh dann brauchen wir noch mehr kabel das okay gut das heißt bei jedem grinder muss hinten die kabellage weg eine kiste ran kabel hier rum und da der importer ran der gerade irgendwo hingefallen ist wo ich ihn ah da ja komm importer da so du müsst jetzt funktionieren so und es sterben immer noch nur einzelne gegner jetzt allerdings wesentlich schneller als vorher importer die kiste kann ich nicht öffnen aber sie wird trotzdem als zwischenlage genutzt und die ersten endermen sterben sehr gut sehr sehr gut oh alles tot aha sehr gut also nicht wirklich gut aber aber ich bin halt zu lange hier nah dran gewesen deswegen kann ich es nachspauen du da dran runter 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 so du weg du ran du ran du ran ich habe gleich keine kabel mehr das ist doof bin ich fertig ja ich bin fertig ok also das system müsste jetzt so in der form funktionieren es werden oben viecher spawnen wenn ich nahe genug dran bin aber nicht zu nahe genug dran werden da viecher spawnen die werden dann hier runter rutschen werden dann von den grindern zerhackstückelt wir bekommen die items und wir bekommen die mob besense gut und mit der mob besense kommen wir später die auto spawner befeuern damit sie genau das spawnen was wir wollen und zwar auch sachen die regulär nichts spawnen würden schön was haben wir hier schon die ersten 8 buckets mob besense gut und auf der entfernung müssten eigentlich schon neue viecher spawnen die dann gleich zerhackstückelt werden gib mir ein doost so also mob tower funktioniert wir wollten jetzt noch cyclic assembler bauen ein paar davon dann habe ich vielleicht schon ein paar davon gebaut ne 1,2,3 reichen mir schon fast machine frames mit eisen, stahl oder aluminium mal aluminium flop 37 stück und wir haben kein gold mehr das lässt sich ändern gold da gold rein so also 3 cyclic assembler ist ein kleiner anfang sollen wir aber erstmal reichen dass die drei sollen jetzt aus den drei verschiedenen eisen erz klümpchen die größeren eisenerz blöcke machen hier ist eine schöne ecke dafür wird hier eh nicht genutzt okay 1,2 obwohl ein abstand ne ja ein abstand okay du weg, du weg ein abstandsblock 1 2 3 theoretisch noch auf vierte für irgendwas anderes dazwischen so dann kommt der abstandsblock weg die dinger schweben einfach in der luft weil sie es können und die bekommen hey wie beschränke ich die ach du kacke gar nicht ne die muss ich nicht beschränken es kommt ja nur eine ressource rein okay das heißt die bekommen oben wo ist oben da ist oben oben den ausgang hin so 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 dann brauche ich jetzt drei importer drei exporter ich brauche mehr kabel ich brauche überhaupt hier mal einen anschluss ans im system in der zwischenwand hier ja sieht ein bisschen komisch aus so genau dann hier runter wir haben keine kabel mehr ich gebe mir kabel 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 und was wollte ich noch achso ja porter basic export bars drei stück und importer nicht bohrer port import da keine sticky pistons raw rubber klingt gut eins zwei achso max davon so und bitte neue pistons mit nicht vorhandenen redstone auch wieder rein so und jetzt eins zwei drei importer danke so exporter 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 importer 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 eine verbindung du weiter runter 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 weg weg und dann nicht hier kommst du aus der wand raus so hier kommst du aus der wand raus so ist also mit dem system angeschlossen brauche ich jetzt noch strom von unten ja sieht jetzt nicht so gut aus egal ding 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 ja doch geht die hier sind einheitlich in der mitte und die hier sind halt unten ist schon okay und die maschinen die dann hier hinkommen sind auch unten jetzt muss das ding nur noch verbunden werden ebenfalls mit dem netzwerk außen das machen wir auf derselben höhe wie da also der zweite block erster block zweiter block so du hoch da und dann da in anschluss oh warte mal das können wir einfach hier rüber ziehen oh du weg da 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 hier lang und dann hier runter nicht so so ich freue mich schon drauf wenn ich das beste jetpack habe dann ist es mit dem runterschweben nicht ganz so nervig wie mit dem hier gerade gut also strom ist angeschlossen ist theoretisch versteckt werden dann später die mauern irgendwann mal stehen wir müssen die porter noch einstellen dafür brauchen wir jetzt alle drei eisen erzarten einmal iron so und davon nehme ich gleich mal ein stick mit damit wir auch die endprodukte herstellen können und wir brauchen noch diese pattern aus paper wie hießen die muss ich nachgucken schematik so drei stück hey das dauert praktisch okay also exporter sind unten du exportierst bitte pulverized iron ore müssten wir jetzt drin haben recht viel okay du bekommst ein davon und du machst bitte aus vier davon ein davon und die werden importiert ja das war schon du exportierst bitte die da warum ist hier iron ore dust drin ach weil ich noch mehrere ausgänge haben das ist jetzt nicht so schön das muss raus das muss aus das muss aus das muss aus das muss aus so okay also hier kommt jetzt nur das zeug rein du bekommst eine schematic du stellst es bitte so ein dass du aus vier davon ein davon machst klick das wird abgepumpt ja wird es okay und du zu guter letzt bekommst das koppelige koppel eisenerz zeug kriegst ein pattern und machst daraus die da die dann ebenfalls abgepumpt werden so 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 und genau das bräuchten wir jetzt für jede einzelne metallart äh also wenn wir mit dem hochofen arbeiten wollen alternativ könnten wir halt auch drei smelteries aufstellen und dann die metalle die nicht miteinander legieren jeweils in die smelteries direkt reinkippen also in der form da beides möglich beides machbar ich weiß noch nicht welche version ich machen will aber jetzt muss ich mir auf jeden Fall schon mal keinen kopf machen dass ich nicht vergesse zwischendurch Eisenblöcke herzustellen gut du hältst noch Eselalarm arbeiten glaube ich baue mal ein kleines bisschen die Mauern weiter nur so ein ganz kleines bisschen bisschen sì Untertitelung des ZDF, 2020